Hey zu einem neuen Video, heute geht es um die App Jetpack Drawride. Die ist relativ neu und da sehen wir das Game direkt auch. Das ist direkt das Menü und unten rechts sehen wir dann meinen Highscore. Nebenbei, das ist im Moment 4791 Meter. Wer mehr hat oder weniger, kann von unten in die Kommentare schreiben, wenn mich mal interessieren, ob jemand mich toppt. Auf jeden Fall kann man hier noch weiter ins Menü, das zeige ich im Nachhinein. Man kann hier direkt anfangen. Das Spiel ist simpel gemacht, im Prinzip wie Tiny Wings, ein bisschen anders. Wir sind hier, dieser Drawride, vom Optik her habe ich den jetzt geändert. Man kann hier Münzen sammeln und man muss versuchen, einfach so weit zu fliegen, wie es nur geht. Man muss natürlich diesen, die nennt sich Stepper, die muss man ausweichen. Und man fliegt, indem man auf dem Bildschirm tappt. Und wenn man gedrückt hält, fliegt er ganz nach oben. Und wenn man loslässt, dann landet er auf dem Boden und tut halt rennen. Es kommt dann unterwegs sozusagen, ja, so eine Art Kisten. Hier sehen wir jetzt eine. Und dann haben wir immer verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Anzüge zu bekommen oder so ein Roboter oder was auch immer gibt. Und dann können wir mit dem Rennen, hier können wir die Gravitation ändern. Hier haben wir jetzt eine Spinmarke, das kommt jetzt dann auch. Ja, wenn es zerstört, dann müssen wir nochmal weiterrennen. Man sollte probieren, so weit zu rennen, wie es geht. Es gibt auch wie bei Tiny Wings verschiedene Missionen bzw. Aufgaben. Ich habe jetzt Schießen mit 10 Zeppers in einem Spiel knapp daneben, schalte 25 Wissenschaftler mit kleinen Stampfer aus, 25 wird noch übrig, und beende ein Spiel zwischen 1000 und 1100 Meter. Dann bekomme ich Sterne und mein Rang steigt sich dann einfach auf das Game. Ich glaube, es kostet 79 Cent. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist echt schwer, um ehrlich zu sein. Die 4700 Meter, die habe ich nach hunderten Mal spielen erst mal geschafft. Und ja, doch recht anspruchsvoll. Ich zock das jetzt mal einfach hier, damit ihr ein bisschen sehen könnt, wie das funktioniert. Und sobald ich hier irgendwo gestorben bin, zeige ich euch den Rest. Dann gehen wir zum nächsten, das ist durchgedreht und durchgedreht, der Teleporter, der ist zum Beispiel... Oh, ich finde das Ding jetzt nicht so dolle. Mir gefällt am besten der Stampler. Stampler? Stampfer. Oder wie auch immer. Okay. So, wie man sieht, wird man auch immer schneller. Das wird dann... Wir sind schon bei über 2000 Meter. Das wird immer schneller, immer schwerer. Ich springe mich mal jetzt einfach mal um. Jetzt schmieren wir ein bisschen auf dem Boden rum. Und jetzt sind wir da. Man konnte ja unterwegs, wie man gesehen hat, diese Spins sammeln. Ich habe jetzt zwei Stück in dem Spiel gesammelt. Mein Höchst war vier oder fünf. Das dauert halt dann etwas. Und dann kann man hier einige Sachen gewinnen. Einfach den Hebel ziehen. Ah, jetzt nix. Man gewinnt relativ oft. Hier sieht man, was man gewinnen kann. Man kann natürlich die Spins auch kassieren für 50, ich sag mal jetzt einfach mal Euro pro Spin. Das ist aber auch voll für den Arsch. Und hier sehen wir dann direkt das Hochleveln, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt Level 27 und man muss, je nachdem welche Aufgabe, also jede Aufgabe hat verschiedene Sternenverteilungen. Und die hat er jetzt hier drei, glaube ich, gehabt. Genau, oder zwei. Und ja, das füllt sich so mit der Zeit. Und jetzt kommt eine neue Aufgabe dazu. Einmal habe ich schon komplett durchgespielt mit den Aufgaben. Dann gibt es hier mal einen Screenshot, den man sich speichern kann oder auch nicht. 28.000 Münzen habe ich. Statt Euro sagen wir lieber Münzen. Das ist eine andere gute Idee. Und dann kann man sich natürlich einige Dinge kaufen, wie man jetzt sieht. Hier Kleidung, man kann den optisch auch ändern. Ich habe jetzt einfach diesen Punk-Outfit mal genommen. Dann kann man hier verschiedene Jetpacks kaufen. Ich habe mal einfach diese Bubble Gun gekauft. Aber ich muss sagen, es ist auch nur optisch. Und dann zum Beispiel diese Fruit Jetpack, der schießt dann ganze Zeit Früchte raus. Fahrzeuge kann man upgraden mit diesen Magneten. Das habt ihr vielleicht gesehen, dass die ganzen Münzen zu mir teilweise automatisch geflogen sind. Und dann kann man hier noch die Fahrzeuge vergolden lassen. Dann habe ich bisher einen Stampfer, weil der halt so mein Lieblingsding ist. Werkzeuge gibt es noch. Zum Beispiel ein schneller Start, dass man 750 Meter direkt nach vorne geschleudert wird. Also zweites Leben oder drittes, also drei Leben. Damit kann man, habe ich noch nicht probiert. Damit kann man natürlich noch mehr Meter rausholen. Mein Profil erfolge. Und dann kann man natürlich mit echtem Geld noch Münzen kaufen. Ansonsten war es das. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ihr könnt natürlich auch die Ergebnisse vergleichen. GameCenter wird unterstützt. Und das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen. Ciao.